so leute herzlich willkommen zum neuen video heute eine kleine batterie serie könnt ihr hier schon sehen und zwar gibt es hier einmal den sitzpinkler dann zweimal funke batterie einmal die gold blue und die gold strobe zusammengeschossen dann einmal die tunke 26 und den mädwurstenspatz zusammen dann hier den ehrencake von pyroland und dann zum schluss die primavera von agentum anfangen tun wir hier mit diesem sitzpinkler so weiter geht es jetzt mit der gold strobe und der gold blut zusammen so jetzt geht es weiter mit der tunke 26 gleichzeitig mit dem mädwurstspatz von pyroland so weiter geht es in dieser serie mit dem pyroland ehrencake so ja es waren schon recht schöne batterien dabei muss ich echt sagen auch schöne kombis geschossen richtig richtig nice jetzt kommen wir hier zu der primavera von argento so 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 das war die letzte batterie aus dieser kleinen batterie serie und ich hoffe euch hat das video gefallen hier auch ein ganz witziger artikel sitzt aber ja wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten video so 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 so